Die Fidel, häufig auch Fidel geschrieben, gehört zu den Seiteninstrumenten. Eine Fidel wird immer mit einem Bogen gestrichen und ist daher ein Streichinstrument. Historische Fideln Als Streichinstrument des Mittelalters und der Renaissance war neben der Fidel vor allem die Rebe von Bedeutung. Während die mittelalterliche Fidel einen flachen Boden und ein Wirbelbrett mit senkrecht vorn oder hinten aufgesetzten Stimmwirbeln hatte, besaß die Rebe einen gewölbten Rücken und zur Seite abstehende Stimmwirbel. Der Bogen bestand aus einem gebogenen Stab, der die Rosshabe-Spannung straff hielt. Die historische Fidel ist schon im 11. Jahrhundert nachweisbar. Im 12. Jahrhundert tauchen Fideln häufig in Portal-Tympana als Instrumente der 24. Ältesten der Apokalypse auf. Fideln besaßen meist 5 bis 7 Seiten in Quint- und Quart-Stimmung. Von vorne oder hinten gesteckte Wirbel und einen ovalen oder talierten Korpus. Die Fidel war das wichtigste Instrument der Troubadoure und Minesänger. Hieronymus von Moravia überliefert im 13. Jahrhundert die meistverbreiteten Stimmungen der Fidel. Die Stimmungen 1 und 3 scheinen darauf hinzuweisen, dass die Fidel mitunter Doppelseiten verwendete. Somit rein musikalisch gesehen manchmal nur über drei Spielseiten verfügte, ähnlich wie das Rebe. Im 15. Jahrhundert entwickelte sich aus der Fidel die Lira da Bracho, die zusätzlich zu den fünf Spielseiten, zwei neben dem Griffbrett befindliche Bordun-Seiten hatte. Die Stimmung dieses Instrumentes war D-D-G-G-D-A-E. Aus Fidel und Rebe entwickelten sich die heutigen Streichinstrumente. Die Viola da Bracho des 15. Jahrhunderts war der heutigen Violine schon sehr ähnlich. Volksfideln Fidel wird auch als Gattungsbegriff für die in unterschiedlichen Formen der weltweit als Volksinstrumente verbreiteten Streichinstrumente verwendet. Unterschieden werden zwei Grundtypen, die Dorne oder Langhalsfidel, bei denen aus dem Korpus ein langer Hals herausragt. Sie sind vor allem in mittleren und fernen Osten und in Nordafrika gebräuchlich. Volksfideln mit kurzen Hälsen sind vor allem in Europa, aber auch in Indien verbreitet. Schreibweise und verwandte Wörter Zu historischer Zeit war die Schreibweise nicht vereinheitlicht. Es finden sich neben Fidel, Fidel auch Schreibweisen mit beginnendem V. Ein Zusammenhang der V-Schreibweise mit Eitel, Fieler, Spahn, Vihler, Franz. Viele, Fiele ist jedoch nicht herzustellen, da der F-Laut im Mittelhochdeutschen am Wortanfang R mit V als mit F geschrieben wurde. Die Wortherkunft kann bis zum Altprovenzalischen zurückverfolgt werden. Eine Verwandtschaft mit Viola ist wahrscheinlich, die Details sind jedoch umstritten. Die Musikwissenschaft hat sich heute weitgehend auf die Schreibweise Fidel für das historische Streichinstrument festgelegt. So zum Beispiel das Lexikon Musik in Geschichte und Gegenwart. Ebenso die Basler Hochschule Scholar Kentorum Basiliensis, wahrscheinlich die weltweit einzige Musikhochschule. An der Mann Fidel als Hauptfach studieren kann. Der Fidel in diesem Sinne entspricht Englisch Fiddle. Die Fiddle wird in der Country- und Folkmusik anstelle der modernen Geige verwendet. Moderne Fideln Gebräuchlich ist der Name Fidel auch für ein Streichinstrument, das erst im 20. Jahrhundert aufkam. Im Grunde handelt es sich dabei um eine modernisierte Form der Viola da Gamba. Ein historisches Streichinstrument, das im Zuge der historische Aufführungspraxis im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Die Fidel entspricht ihrer historischen Vorlage in Spielweise und Stimmung. Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelten Geigenbauer mit der Fidel eine robustere, kostengünstigere Form der Gambe. Um Anfängern den Zugang zu diesem Instrument zu erleichtern, an einigen Musikschulen wird sie bis heute als Einstiegsinstrument unterrichtet. Fideln gibt es in verschiedenen Tonlagen, am meisten verbreitet ist sie allerdings in der hohen Diskantlage. Im Unterschied zur Gambe wird die Fidel mit Stahlsaiten bespannt. Viele Fideln werden über Mechaniken statt über Wirbel gestimmt, es gibt aber auch Varianten mit Wirbeln und Feinstimmern, ähnlich wie bei Geigen. Man spielt sie wie die Diskantgambe zwischen den Beinen gehalten bzw. mit dem Korpus auf den Schoß gestellt. Der Hals ragt dabei nach oben. Fideln haben 5-6 Seiten in Quartert-Stimmung und ein mit Bündenfasse hennes Griffbrett. Übliche Stimmung 5-seitig GCEAD 6-seitig DGCEAD 1-d 3-d